Musik Es ist eine berufliche Schule, man könnte sagen ein Berufsschulzentrum. Wir haben insgesamt 1400 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende. Circa zwei Drittel sind in Berufsausbildung und ein Drittel macht eine schulische Ausbildung. Wir wollen unsere Schüler vorbereiten auf das Leben in der Grenzregion hier. Das Leben zusammen mit den Franzosen, die mit uns in den Büros sitzen, die bei uns einkaufen. Und natürlich sollen die Schüler von den Vorteilen von Deutschland und von Frankreich profitieren. Durch das Projekt auch eben, durch das, was ich jetzt über ein Jahr schon mache, bin ich auch viel offener auf die französische Kunden. Ich war auch relativ verschlossen sogar gegenüber Frankreich, vor der Ausbildung. Aber dadurch, dass wir auch eben viele Kunden haben, die aus Frankreich kommen, ich bin immer offener jetzt geworden. Musik Das war die Sprung in 2015. Das ist eine große Werte, die wir in Frankreich haben. Das hat sich auch die Sprung in Frankreich geführt. Daher habe ich einem aufgerecht, dass wir noch immer bereitgestellt haben, die jetzt in der Letztionen Ampli an zu lernen. Das ist auch sehr, 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 sehr dedic. Und hier, die in Frankreich, das ist nicht die gleiche Kultur. In Frankreich, sappere den Baguette und das sind, die hier sind hier, es noch mehrenfeuert. Sie haben auch viel mehr auf das Bio, das Sandblä. Ich finde es sehr interessant, die beiden Seiten zu sehen. Ich finde es sehr interessant, in der französischen Boulangerie und in der französischen Boulangerie es zu sehen, in Deutschland und so weiter. Das ist eine wunderbare Rückmeldung für uns, über die wir sehr froh sind und auf die wir auch ein Stück stolz sind. Gleichzeitig ist es natürlich so etwas wie ein Mutmacher für die Zukunft. UNTERTITELUNG